15. April 1945, südwestlich von Bergen, Nazi-Deutschland. Die britische 11. Panzerdivision befreit Bergen-Belsen, eines der schrecklichsten Konzentrationslager, das die Bestialität des Naziregimes und seiner Todeslager verkörpert. Die britischen Truppen finden bei der Befreiung 13.000 unbestattete Leichen und fast 60.000 kranke und ausgehungerte Häftlinge vor. Weitere tausende Häftlinge werden in den Monaten nach der Befreiung des Lagers an Krankheiten wie Typhus und Tuberkulose sterben. Die britischen Streitkräfte nehmen männliche und weibliche Lageraufseher gefangen, die für diese Kräueltaten verantwortlich sind und zwingen sie dabei zu helfen, die Leichen in Massengräbern beizusetzen. Eine der KZ-Aufseherinnen ist Irma Grese, die zu einer der berüchtigsten Täterinnen des verbrecherischen Naziregimes werden sollte. Irma Grese wurde am 7. Oktober 1923 in Wrechen in Mecklenburg geboren. Sie war das Dritte von fünf Kindern. Ihre Eltern arbeiteten beide in einer Molkerei. Adolf Hitler und die NSDAP kamen im Januar 1933 an die Macht. Die Nazis waren geschickte Propagandisten, die ihre Botschaften mit ausgeklügelten Werbetechniken und den modernsten Technologien der damaligen Zeit verbreiteten. Die Hitlerjugend und der Bund Deutscher Mädel wurden als Jugendgruppen der NSDAP gegründet, um Kinder und Jugendliche mit der nationalsozialistischen Ideologie und Politik vertraut zu machen. Die HJ bereitete die deutsche Jugend auf den Krieg vor. Da Irmas Vater kein Sympathisant der Nazis war und alles verachtete, was mit den Nazis in Verbindung gebracht wurde, verbot er seinen Kindern, den Jugendorganisationen der Nazis beizutreten, obwohl sie das wollten. Die Indoktrination durch die Nationalsozialisten ließ sich jedoch nicht vermeiden, denn auch die Schulen spielten eine wichtige Rolle bei der Verbreitung des nationalsozialistischen Gedankenguts unter den Schülern. Von ihren ersten Schultagen an wurden deutsche Kinder wie Irma Grese vom Personenkult um Adolf Hitler geprägt. Sein Konterfei gehörte zur Standardausstattung in allen Klassenzimmern. Vorhandene Lehrbücher wurden aus den Klassenzimmern entfernt und deutsche Pädagogen führten neue ein, die den Schülern Hitlerliebe, Gehorsam gegenüber der Staatsgewalt, Militarismus, Rassismus und Antisemitismus vermittelten. 1936, als Irma 13 Jahre alt war, beging ihre Mutter Selbstmord, nachdem sie die Beziehung ihres Mannes mit der Tochter eines örtlichen Gastwirts entdeckt hatte. Irma wurde daraufhin allein von ihrem Vater Alfred Grese erzogen, einem gläubigen Christen, der sehr streng zu seinen Kindern war und sie häufig verprügelte. Irma Grese war eine schlechte Schülerin. Nach Angaben von Irmas Schwester Helene wurde Irma in der Schule gemobbt, sodass sie die Schule abbrach, als sie erst 14 Jahre alt war. Danach absolvierte sie ein Landjahr beim Reisarbeitsdienst. 1939, im Alter von 15 Jahren, ging Grese in die Heilanstalt Hohenlüchen, wo sie etwa zwei Jahre lang als Hilfskrankenschwester arbeitete und unter dem Sanatoriumsarzt Karl Gebhardt ausgebildet wurde. Einem Nazi-Arzt, der später medizinische Experimente an Insassen des Konzentrationslagers Ravensbrück durchführte. Grese wollte eine Ausbildung als Krankenschwester in der Heilanstalt Hohenlüchen machen, aber wegen ihrer schlechten Zensuren wurde sie abgelehnt und 1941 im Alter von 17 Jahren stattdessen auf einen Milchviehbetrieb in Fürstenberg geschickt, wo sie eine Buttermaschine bediente. Ihre kriminelle Karriere begann im Juli 1942 im Konzentrationslager Ravensbrück. Ravensbrück, das im Mai 1939 eröffnet wurde, war das einzige größere Frauenlager, das die Nazis errichteten. Insgesamt durchliefen etwa 132.000 Frauen aus ganz Europa das Lager. Mehr als 92.000 von ihnen kamen ums Leben. Das Personal des Lagers Ravensbrück bestand sowohl aus SS-Männern, die als Wächter und Verwalter eingesetzt wurden, als auch aus 150 Frauen, die als Aufseherinnen angestellt wurden. Bei diesen Aufseherinnen handelte es sich entweder um Freiwillige der SS oder um Frauen, die diese Arbeit wegen der guten Bezahlung und der attraktiven Arbeitsbedingungen angenommen hatten. Ravensbrück beherbergte auch ein Ausbildungslager für weibliche SS-Aufseherinnen, die von Dorothea Binz, einer sadistischen deutschen Nazi-Offizierin und Aufseherin, unterrichtet wurden. Sie brachte ihren Auszubildenden bei, wie sie mit Gefangenen, die sie beaufsichtigen sollten, umzugehen hatten. Die Häftlinge mussten bis zur tödlichen Erschöpfung arbeiten. Die Aufgabe ihrer Aufseherinnen wie Irma Gräse bestand darin, so viel Leistung wie möglich aus ihnen herauszuholen, solange sie noch am Leben waren. Ravensbrück wurde zu einem Ausbildungszentrum und einer Schule der Gewalt für etwa 3.500 weibliche Aufseherinnen, die später entweder dort oder in anderen Konzentrationslagern eingesetzt wurden. Ab Sommer 1942 unterzogen SS-Ärzte die Häftlinge in Ravensbrück sittenwidrigen medizinischen Experimenten. Der Hauptkoordinator dieser Experimente war Karl Gebhardt. Er wurde von den Ärzten Hertha Oberhäuser und Fritz Fischer assistiert. Das Ärzteteam brach den weiblichen Häftlingen mit einem Hammer die Beine, infizierte dann die offenen Wunden mit aggressiven Bakterien und überwachte die Heilung mit und ohne den Einsatz verschiedener chemischer Substanzen, wie Sulfanilamid, einem frühen Antibiotikum, das Infektionen verhindern sollte. In der Überzeugung, dass dies bei der Behandlung amputierter Soldaten hilfreich sein könnte, testeten sie auch verschiedene Methoden zum Einsetzen und Verpflanzen von Knochen. Zu diesen Experimenten gehörten auch Amputationen, die oft ohne Betäubung durchgeführt wurden. Die SS wählte fast 80 Frauen, meist Polinnen, für diese Experimente aus. Viele der Frauen starben an den Folgen. Diejenigen, die überlebten, trugen oft bleibende körperliche Schäden davon. SS-Ärzte führten auch Sterilisationen an Frauen und Kindern durch, darunter viele Romja, um eine wirksame Methode zur Sterilisation zu entwickeln. Sie waren an Zwangsabtreibungen von Frauen beteiligt, die bereits im siebten oder achten Monat schwanger waren. Und sie waren dafür bekannt, dass sie Neugeborene töteten oder schwangere Frauen schlugen, um Fehlgeburten auszulösen. Ihr Mark Rehse kannte Karl Gebhardt aus dem Sanatorium Hohen Lüchen und es wird vermutet, dass die damals 18-jährige Rehse in Ravensbrück auch als Hilfskrankenschwester bei den Experimenten eingesetzt war und Grausamkeiten miterleben musste, die sich möglicherweise schädigend auf ihre Psyche auswirkten und sie zu einer gewalttätigen Sadistin machten. Als sie 1943 nach Hause kam und ihrer Familie erzählte, dass sie die im Lager Ravensbrück arbeitenden Häftlinge beaufsichtigte, verprügelte ihr Vater sie mit einem Gürtel und verbot ihr, jemals wieder nach Hause zu kommen. Im März 1943 wurde ihre Mark Rehse nach Auschwitz-Birkenau im besetzten Polen versetzt. Birkenau war das größte der mehr als 40 Lager und Außenlager, aus denen der Auschwitz-Komplex bestand. Es war in zehn Abschnitte unterteilt, die durch elektrische Stacheldrahtzäune voneinander getrennt waren. Es wurde von SS-Wachleuten bewacht, ab 1942 auch von SS-Hundeführern. Während seiner dreijährigen Betriebszeit hatte es eine Reihe von Funktionen. Als im Oktober 1941 mit dem Bau begonnen wurde, sollte es ein Lager für 125.000 Kriegsgefangene werden. Im März 1942 wurde es als Außenstelle von Auschwitz eröffnet und diente gleichzeitig als Lager für die Vernichtung der Juden. In seiner letzten Phase ab 1944 wurde es auch zu einem Ort, an dem die Gefangenen zusammengezogen wurden, bevor sie zur Arbeit in der deutschen Industrie in unterschiedlichen Regionen des Dritten Reichs eingesetzt wurden. Nach Aussage von Irmars Schwester Helene hatte Irma als kleines Mädchen Angst, sich zu wehren und lief weg, um einem Kampf zu entgehen. In Auschwitz jedoch sah sich Grese zum ersten Mal in der Lage, Menschen zu prügeln, die sie nicht zurückschlagen konnten. Und es war offensichtlich, dass sie es genoss. Grese wurde zu einer der meistgehassten und gefürchteten Aufseherinnen des Lagers. Ihrer Grausamkeit und Brutalität verdankte sie die Bezeichnungen als die Hyäne von Auschwitz und die schöne Bestie. Grese stand auch im Ruf, sowohl mit weiblichen als auch mit männlichen Lagerinsassen sexuelle Beziehungen zu unterhalten. Sie soll auch Affären mit dem berüchtigten Arzt Josef Mengele sowie mit Josef Kramer, dem Kommandanten des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau und später Bergen-Belsen gehabt haben. Die Ärztin Gisela Perl, ehemalige Gefangene in Auschwitz, sagte über Irma, Sie war eine der schönsten Frauen, die ich je gesehen habe. Ihr Körper war perfekt, ihr Gesicht klar und engelsgleich und ihre blauen Augen waren die fröhlichsten, unschuldigsten Augen, die man sich vorstellen kann. Und doch war Irma Grese die verdorbenste, grausamste, fantasievollste Perverse, der ich je begegnet bin. In ihren Memoiren Fünf Schornsteine schreibt die Auschwitz-Überlebende Olga Lengjall, dass Grese nicht nur mit Dr. Mengele, sondern auch mit vielen anderen Nazis Affären hatte. Als es an der Zeit war, Frauen für die Gaskammer auszuwählen, bemerkte Lengjall, dass Irma Grese aus eifersüchtiger Bosheit absichtlich die schönen weiblichen Häftlinge auswählte. Es gab jedoch auch weibliche Häftlinge, die Irma Grese mochte. Das war bei der damals 16-jährigen Nina Kaleska der Fall, der Grese sagte, dass sie wie ihre Schwester Helene aussah. Kaleska wurde von Irma als Botin und Aufpasserin eingesetzt, wenn Irma in den Baracken lesbischen Sex hatte und aufpasste, dass niemand sie störte. Grese hatte zahlreiche Affären mit weiblichen Häftlingen, die sie in die Gaskammer schickte, wenn sie ihrer überdrüssig wurde. Wer ihre sexuellen Avancen ablehnte, den quälte sie. Als ein gutaussehender, georgischer Mann die Annäherungsversuche von Grese zurückwies, musste er mit ansehen, wie Irma seine nackte Freundin an den Haaren durch das Lager schleifte und sie auspeitschte. Danach ließ sie den Mann erschießen, seine Freundin schickte sie in das Lagerbordell. Als Mengele herausfand, dass sie Affären mit jüdischen Häftlingen hatte, die als rassisch minderwertig galten, beendete er seine Beziehung zu ihr. In Auschwitz verliebte sich Grese in den SS-Mann Franz Wolfgang Hatzinger, der Chefingenieur der Bauabteilung von Auschwitz I war. Trotz dieser Beziehung hatte Grese viele Liebhaber. Sie erkrankte an Geschlechtskrankheiten und nach Angaben von Olga Lengel hatte sie zahlreiche Abtreibungen. Die Ärztin Gisela Perl führte eine dieser Abtreibungen durch und berichtete, dass Irma lediglich Angst vor Schmerzen hatte. Nach ihrer Ankunft in Auschwitz hatte Grese verschiedene Positionen im Lager inne. Zunächst war sie als Telefonistin tätig, dann wurde sie strafversetzt als Leiterin des Kommandos, das Steine aus einem außen gelegenen Steinbruch ins Lager transportierte. Die Strafe hatte sie erhalten, weil sie ihre Mütze nicht getragen hatte. Sie war auch für das Straßenbau- und Gartenarbeitskommando verantwortlich. Im Mai 1944 sollte die Vernichtung der ungarischen Juden erfolgen. Innerhalb von acht Wochen, vom 15. Mai bis zum 9. Juli 1944, deportierten ungarische Gendarmeriebeamte unter der Leitung deutscher SS-Beamter etwa 424.000 Juden aus Ungarn nach Auschwitz-Birkenau, wo SS-Funktionäre die meisten von ihnen direkt in die Gaskammern schickten. Noch im selben Monat wurde Grese im Alter von 20 Jahren zur leitenden Aufseherin des Lagers C in Birkenau ernannt und beaufsichtigte sechs bis sieben weibliche Wärterinnen, die jede Woche wechselten. Das Lager C bestand aus 28 Blöcken, in denen die Häftlinge untergebracht waren, sowie aus einem Essensblock, zwei Lagern mit Unterwäsche und Kleidung, zwei oder drei Latrinenblöcken und zwei Waschhäusern. Die Unterkünfte waren für 100 bis maximal 300 Häftlinge ausgelegt, aber das Lager war so überfüllt, dass Grese in jedem Block 1000 Häftlinge unterbringen musste. In einigen der Blöcke gab es Kojen, die groß genug für fünf Personen waren, aber in den meisten Blöcken gab es weder Betten noch Kojen. Im Lager C gab es etwa 30.000 Häftlinge, die alle Ungarn waren. Die Blockältesten waren aus der Tschechoslowakei. Blockältester war ein Häftling, der für die Einhaltung der Regeln in den einzelnen Baracken zu sorgen hatte und für die Häftlinge in den Baracken verantwortlich war. Aufgrund der Überbelegung des Lagers waren die sanitären Bedingungen katastrophal. Die Latrinen funktionierten nicht mehr und Grese beschrieb später, Überall wo man hinkam, war es so, als ob die Häftlinge dachten, dass jeder Ort gut genug für eine Latrine sei. Grese war dafür berüchtigt, dass sie eine geflochtene Lederpeitsche mit sich führte, die mit Cellophane überzogen war, damit das menschliche Blut leicht abgewaschen werden konnte. Sie stand am Tor, wenn die Arbeitstrupps aus- und eingingen und schlug dort regelmäßig Häftlinge mit ihrer Peitsche, einfach, weil es ihr Spaß machte. Später sagte sie aus, es war eine sehr leichte Peitsche, aber wenn ich jemanden damit schlug, tat es weh. Irma Grese schlug und misshandelte Häftlinge in einem solchen Ausmaß, dass der Lagerkommandant Josef Kramer sie aufforderte, die Peitsche nicht mehr zu benutzen. Sie setzte die Peitsche aber trotzdem weiter ein. Die häufigsten Gründe für die Auspeitschung der Häftlinge waren, dass sie aus Hunger Essen gestohlen hatten oder zu spät zum Appell erschienen waren. Während der Appelle, die oft von drei Uhr in der Nacht bis neun Uhr morgens dauerten, mussten die Gefangenen stillstehen. Wenn sie sich bewegten, wurden sie entweder geschlagen oder mussten sich stundenlang hinknien. Grese begründete die Auspeitschungen damit, dass sie hin und her liefen und sie deshalb nicht richtig zählen konnte. Um diese Appelle so beschwerlich wie möglich zu gestalten, befahl sie den Gefangenen häufig, einen großen Stein über den Kopf zu halten. Wer schwächelte, wurde geschlagen. Als Gefangene ihre Decken zerschnitten, um daraus Schuhe oder Jacken zu machen, gab Grese strikte Anweisung, all aus diesen Decken hergestellten Dinge sofort zurückzugeben. Als dem keiner der Häftlinge nachkam, ordnete sie die Durchsuchung der Blocks an. Gefangenen, bei denen diese Kleidungsstücke gefunden wurden, peitschte sie brutal aus. Irma Grese schlug die Gefangenen auch mit einem Spazierstock, bis sie blutend zu Boden fielen und trat sie dann mit ihren schweren Stiefeln so fest sie konnte. Einmal beobachtete sie eine Frau, die über den Drahtzaun hinweg zwischen zwei Lagern mit ihrer Tochter sprach. Grese schlug und trat so brutal auf sie ein, dass die Gefangene am Boden liegen blieb. Sie wurde auch beschuldigt, ältere weibliche Häftlinge für die Gaskammern selektiert zu haben. Mit ihrem Geliebten, dem Arzt Josef Mengele, führte sie diese Selektionen oft gemeinsam durch. Wenn die Frauen in die Gaskammer geschickt wurden, vermerkte Grese dies in ihren Büchern als Sonderbehandlung. Überlebende erinnerten sich später daran, wie die weiblichen Häftlinge oft nackt vorgeführt und wie Vieh inspiziert wurden, um zu entscheiden, ob sie geeignet waren, im Deutschen Reich zu arbeiten oder sterben sollten. Grese sorgte dabei für Ordnung. Die weiblichen Häftlinge, die versuchten, einer solchen Selektion zu entkommen, brachte sie zurück und schlug so lange auf sie ein, bis sie überall bluteten, bevor sie wieder in die Reihen zurückgeschickt wurden. Wenn sie sah, wie Verwandte versuchten, sich bei der Selektion zur Zwangsarbeit zusammenzufinden, schlug sie sie, bis sie bewusstlos waren und ließ sie auf dem Boden liegen. Als bei einer solchen Selektion zwei Mädchen, die zu fliehen versuchten, aus dem Fenster sprangen und am Boden lagen, erschoss Grese sie erbarmungslos mit ihrer stets geladenen Pistole. Grese hat aber auch einigen Häftlingen geholfen. Das war der Fall der damals 14-jährigen Alice Tenenbaum, die von Josef Mengele 16 Mal in die Gaskammer geschickt wurde und jedes Mal holte Grese sie aus der Gaskammer heraus. Nach dem Krieg erfuhr Alice, dass Grese sie deshalb so oft gerettet hatte, weil sie Irmas Schwester Helene ähnlich sah. In Auschwitz hatte Grese zwei große Hunde, die sie aushungern ließ. Überlebende erinnerten sich, dass sie mit den Hunden auf einem Fahrrad durch das Lager fuhr und die weiblichen Häftlinge auf ihren 16 Kilometer langen Weg zur Arbeit begleitete. Wenn jemand nicht mit der Kolonne mithalten konnte, befahl sie den Hunden, sie anzufallen. Einmal als ein weibliches Kommando Steine ins Lager transportierte, verloren die Frauen die Kontrolle über ihren Wagen. Der Wagen geriet ins Schwanken, stürzte den Hügel hinunter und kippte um, wobei die Steine über die ganze Umgebung verstreut wurden. Eine Überlebende sagte später aus, was danach geschah. Irma hetzte die beiden Wachhunde auf sie. Die Mädchen versuchten, ihren Fängen zu entkommen, aber die ausgebildeten Killer konnten sie leicht einholen. Die Hunde zerrten an den Körpern der Mädchen. Irma kam näher, um zu beobachten, was sie taten. Ihre Augen waren blutunterlaufen. Der Anblick von Blut schien sie zu erregen. Die ganze Zeit über hatte Irma Gräse ein Lächeln im Gesicht. Manchmal, wenn Gräse mit ihren Arbeitsgruppen unterwegs war, schlug sie Frauen und trat sie mit ihren schweren Stiefeln. Sie schickte auch Frauen während ihrer Arbeit hinter den Elektrozrauen, um den Anschein zu erwecken, sie würden versuchen zu fliehen. Als ein Wachmann sich weigerte, die Frauen zu erschießen, mit der Begründung, sie seien absichtlich hinausgeschickt worden, sagte Gräse in einem Ermittlungsverfahren gegen diesen Wachmann aus. Dank der Bestände von ermordeten Opfern konnte Irma in Birkenau auch die feinsten Kleider aus ganz Europa auswählen. Gräse ließ sich ihre Kleider von den besten jüdischen Schneiderinnen anpassen, die Lagerhäftlinge waren. Eine besondere Begeisterung hatte sie für eine himmelblaue Jacke mit einer dunkelblauen Krawatte. Irma verbrachte Stunden vor ihrem Ankleidespiegel, frisierte ihr Haar und stellte sich vor, sie sei ein Filmstar. Gräse erklärte einmal, nach dem Krieg werde ich in Filmen mitspielen. Sie werden meinen Namen als Star auf der Leinwand sehen. Ich kenne das Leben und ich habe viel gesehen. Ich glaube, meine Erfahrungen werden mir in meiner Karriere als Künstlerin nützlich sein. Doch sie irrte sich. Irma Gräse verließ Auschwitz am 18. Januar 1945, als sich die sowjetischen Streitkräfte dem Komplex des Konzentrationslagers von Auschwitz näherten und die SS mit der Evakuierung von Auschwitz und seinen Nebenlagern begann. Diese Gewaltmärsche der KZ-Häftlinge wurden als Todesmärsche bekannt. Die Häftlinge mussten über lange Strecken unter Bewachung und unter extrem harten Bedingungen marschieren. Gräse begleitete einen solchen Zwangstransport von Auschwitz nach Ravensbrück und von dort nach Bergen-Belsen, wo sie im März 1945 zusammen mit einer großen Zahl von Ravensbrücker Häftlingen ankam. Diejenigen, die zusammenbrachen oder nicht mithalten konnten, wurden von der SS erschossen. Während dieser Todesmärsche erhielten die Häftlinge fast keine Nahrung und auch bei ihrer Ankunft im Lager gab es nichts zu essen. Nach Angaben der Häftlinge, die das Glück hatten, den Krieg in Bergen-Belsen zu überleben, bestand die tägliche Essensportion aus einer wässrigen Rübensuppe und dreieinhalb Zentimeter Brot pro Tag. Die sanitären Bedingungen in Bergen-Belsen waren schrecklich. Es gab kein Wasser zum Waschen und kaum genug zum Trinken und Kochen. Das Lager war so überfüllt, dass die Häftlinge in den eiskalten Wintermonaten sitzend auf dem Boden schlafen und versuchen mussten, sich in einem Lager mit Zehntausenden von Gefangenen nur 200 Decken zu teilen. Im März 1945 lag die tägliche Sterblichkeitsrate zwischen 250 und 300 Häftlingen pro Tag. Sie verhungerten, verdursteten oder starben an Typhus. In Bergen-Belsen misshandelte Gräse die Häftlinge, die nach ihren eigenen Worten schmutzig und krank waren, bis zu deren bitteren Ende. Auch hier genoss sie es, ausgehungerte Häftlinge nicht nur zu schlagen und zu treten. Sie zwang sie auf die Knie und ließ sie schwere Steine über dem Kopf halten. Über Stunden mussten sie so in Schnee, Eis und Regen ausharren. Gräse befahl weiblichen Häftlingen in Bergen-Belsen immer wieder, sich auszuziehen und schlug sie mit einem Gummiknüppel. Sie unterzog sie auch körperlichen Strafübungen, bei denen die Frauen marschieren, Rennen oder Froschsprünge machen mussten, bis sie vor Erschöpfung zusammenbrachen. Etwa zwei Wochen vor dem Eintreffen der britischen Truppen, als der Krieg offensichtlich zu Ende war, wurde sie dabei beobachtet, wie sie ein Mädchen mit einer Reitgärte schlug. Am Vorabend der Befreiung schlug Gräse zwei Schwestern die Köpfe ein, als sie sie dabei erwischte, wie sie Kartoffelschalenreste aus der Lagerküche essen wollten. Obwohl sie nur dreieinhalb Wochen im Lager arbeitete, war sie so grausam, dass die Häftlinge sie die Bestie von Belsen nannten. Am 17. April 1945, zwei Tage nach der Befreiung von Bergen-Belsen, wurde Irma Gräse von den britischen Streitkräften gefangen genommen, zusammen mit anderen verbrecherischen Kollegen wie Josef Kramer, dem Kommandanten von Auschwitz-Birkenau und dem letzten Kommandanten von Bergen-Belsen. Gräse und andere SS-Wachmänner wurden vorübergehend in einer Panzerschule der Wehrmacht inhaftiert, etwa drei Kilometer von Belsen entfernt. Als sie zu dieser Zeit von einem englischen Journalisten interviewt wurde, der sie fragte, warum sie die Verbrechen begangen habe, antwortete Irma schamlos, es war unsere Pflicht, asoziale Elemente auszumerzen, damit Deutschlands Zukunft gesichert ist. Die Gerechtigkeit holte Gräse schließlich ein, als sie am 17. September 1945 im Belsen-Prozess vor Gericht stand. Als die Zeugen während des Prozesses aussagten, sie sei die schlimmste SS-Frau im Lager gewesen, erwiderte Gräse, dass sie alle Lügen übertreiben und aus einer kleinen Fliege einen Elefanten machen würden. Gräse gab nur die Schläge zu, nicht aber die Tötung von Menschen. Ihre Lügen halfen ihr jedoch nicht, der Justiz zu entkommen. Am 17. November verurteilte das britische Militärtribunal Irma Gräse zum Tod durch den Strang. Sie war 22 Jahre alt, als der britische Henker Albert Pierpoint das Urteil am 13. Dezember 1945 vollstreckte. Als sie zum Galgen ging, klang ihr letztes und einziges Wort wie ein Befehl. Schnell! Gräse war die jüngste Frau, die im 20. Jahrhundert nach britischem Recht hingerichtet wurde. Es wurden keine Tränen für Emma Gräse vergossen. Vielen Dank, dass du dir den World History-Kanal angeschaut hast. Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017